Also die Entwicklung in den letzten 500 Jahren war rasant. Es war nicht nur unheimlich schnell, sondern auch einfach unheimlich viele neue Innovationen auf sehr vielen verschiedenen Gebieten. Und die Robotik gehört auf jeden Fall dazu und ist etwas, was Unternehmen angenehmer und sicherer macht. Ich heiße Katrin Gräwe und ich habe in den Bereichen der autonomen Robotik und des maschinellen Lernens meinen Doktor gemacht. Meine Aufgabe bei Mercedes-Benz ist, zusammen mit einem Team einen automatischen Parkassistent zu entwickeln. Also in unserer Entwicklung fließen mehrere Baureite ein und eins davon ist die neue A-Klasse. Unser automatischer Parkassistent startet schon mit der Parkplatzsuche. Also er nimmt schon die Suche dem Menschen ab und bietet ihm eine Parklücke an. Und dann übernimmt er auch das komplette Ein- und Ausparken. Ja, also auf den ersten Blick sieht man gar nicht, wie viel Robotik eigentlich in der A-Klasse drinsteckt. Aber wenn unser aktiver Parkassistent unterwegs ist, dann steckt unheimlich viel Robotik in der A-Klasse. Also die A-Klasse muss genau wie der Roboter auch erkennen, wie die Umwelt aussieht. Sie muss einen Pfad planen, um in die Parklücke zu kommen und sie muss auch erkennen, ob irgendwas drum rum ist, um Kollisionen zu vermeiden. Der Fahrer muss zwar die ganze Zeit das System überwachen, aber trotzdem macht die A-Klasse das Manöver erstmal selbstständig. Roboter faszinieren uns, weil sie helfen können, dass wir halt inangenehme, gefährliche, anstrengende Arbeiten an sie abgeben können. Während des Parkens übernimmt er nicht nur die Lenkung, sondern übernimmt auch die Geschwindigkeitsregelung. Er bremst für den Fahrer und kümmert sich auch darum, die Gänge zu wechseln. Sowohl im Front als auch im Heck haben wir jeweils sechs Ultraschallsensoren. Die werden zum einen für die Parkplatzsuche genutzt, aber auf der anderen Seite auch um Kollisionen zu vermeiden. Also damit erkennen wir Hindernisse. Das passiert nicht nur beim Parken, sondern auch wenn der Fahrer selber rangiert und in engen Situationen ist, sodass wir ihn warnen können. Eine Herausforderung ist, dass wir unheimlich viele Komponenten haben, die zusammenspielen müssen. Also es ist nicht nur unser Parksteuergerät, sondern wir haben eine Lenkung, wir haben eine Bremse, wir haben ein Getriebe. Wir haben sogar einen Blinker, den wir ansteuern und dass die alle homogen miteinander arbeiten. Also ich glaube, was typischerweise Menschen Probleme macht beim Parken, ist zum einen, dass sie Stress haben, gerade in vollen Innenstädten oder in engen Parklücken und dass sie vielleicht auch leicht abgelenkt sind. Und das genau passiert dem Parkassistenten nicht und somit macht er das Parken sicherer. Aber in der letzten Jahre, das war es wichtig, dass sie sicher stärken und sich aus der Zeitung zu tun haben. So die eine Folge ist vorbei und deswegen muss man sich um die IngelegenheitÓren so hochwertigern. Und das war mehr so.